Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema der Wiedervereinigung von Deutschland an. Viel Spaß beim Video. Die deutsche Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg markierte einen tiefgreifenden Einschnitt in der Geschichte Deutschlands. Nach der bedingungslosen Kapitulation des nationalsozialistischen Deutschlands im Mai 1945 wurde das Land von den Siegermächten USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich in Besatzungszonen aufgeteilt. Die Hauptstadt Berlin, obwohl tief in der sowjetischen Zone gelegen, wurde ebenfalls in vier Sektoren unterteilt. Diese geopolitische Neuordnung legte den Grundstein für die spätere Teilung des Landes. In den ersten Jahren nach Kriegsende war das Hauptziel der Alliierten, Deutschland zu demilitarisieren, zu entnazifizieren und zu demokratisieren. Dennoch kamen die ideologischen Unterschiede zwischen den westlichen Alliierten und der Sowjetunion zunehmend zum Tragen. Während die westlichen Mächte marktwirtschaftliche Strukturen förderten und politische Freiheit anstrebten, setzte die Sowjetunion auf eine kommunistische Ordnung und zentralistische Planwirtschaft. Diese Spannungen manifestierten sich in unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in den Besatzungszonen. Die Westzonen, amerikanische, britische und französische Zone, erlebten eine rasche wirtschaftliche Erholung, unterstützt durch den Marshallplan, der umfangreiche finanzielle Hilfen aus den USA bereitstellte. Diese Hilfen ermöglichten den Wiederaufbau und führten zu einem wirtschaftlichen Aufschwung, der als Wirtschaftswunder bekannt wurde. Gleichzeitig wurden politische Strukturen geschaffen, die eine demokratische Regierungsform etablierten. Dies mündete im Mai 1949 in die Gründung der Bundesrepublik Deutschland, BRD. Auf der anderen Seite entstand in der sowjetischen Besatzungszone die Deutsche Demokratische Republik, DDR. Gegründet im Oktober 1949 folgte die DDR dem Modell eines sozialistischen Staates mit einer zentral geplanten Wirtschaft. Politisch dominierte die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED, und demokratische Rechte wurden stark eingeschränkt. Die Unterschiede in der politischen Ausrichtung und den Lebensbedingungen zwischen den beiden deutschen Staaten wurden zunehmend offensichtlich. Die Berliner Blockade von 1948 bis 1949 verstärkte die Spaltung weiter. Die Sowjetunion blockierte alle Land- und Wasserwege nach West-Berlin, um die westlichen Alliierten aus der Stadt zu verdrängen und die Kontrolle über ganz Berlin zu erlangen. Die Westmächte reagierten mit der Berliner Luftbrücke, einer beispiellosen logistischen Operation, die die Versorgung der Stadt aus der Luft sicherstellte. Die Blockade scheiterte und endete schließlich im Mai 1949, sie vertiefte jedoch die Kluft zwischen Ost und West. Die Gründung der beiden deutschen Staaten markierte eine neue Phase der Teilung, die durch den Kalten Krieg weiter verschärft wurde. Die beiden Systeme standen sich feindlich gegenüber und die Grenze zwischen ihnen wurde zunehmend undurchlässig. Diese Grenze, bekannt als der eiserne Vorhang, durchzog Europa und teilte es in zwei verfeindete Lager. Ein besonders drastisches Symbol der deutschen Teilung war die Berliner Mauer. Errichtet im August 1961 von der DDR, sollte sie die Fluchtbewegungen von Ost nach West-Berlin stoppen. In den Jahren zuvor hatten Millionen Menschen die DDR verlassen, um im Westen ein besseres Leben zu suchen. Die Mauer, die aus Beton, Stacheldraht und einem Todesstreifen bestand, trennte Familien und Freunde und führte zu vielen tragischen Fluchtversuchen, von denen viele tödlich endeten. Währenddessen entwickelten sich die beiden deutschen Staaten weiter auseinander. Die BRD prosperierte wirtschaftlich und wurde zu einem festen Bestandteil der westlichen Allianz, während die DDR weiterhin unter wirtschaftlichen Problemen litt und politisch isoliert war. Die Propaganda beider Seiten betonte die Überlegenheit des eigenen Systems und die Kluft zwischen Ost- und Westwuchs. Trotz der tiefen Spaltung blieben die Wünsche nach Einheit und Freiheit in beiden Teilen Deutschlands bestehen. In der DDR formierten sich über die Jahre hinweg verschiedene Bürgerbewegungen, die demokratische Reformen forderten. Diese Bewegungen gewannen Ende der 80er Jahre an Stärke und bildeten schließlich den Kern der friedlichen Revolution von 1989. Ein wichtiger Wendepunkt war die Politik von Glasnost, Offenheit und Perestroika, Umgestaltung, die vom sowjetischen Staatschef Michael Gorbatschow eingeführt wurde. Diese Reformen zielten darauf ab, die Sowjetunion zu modernisieren und führten zu einer Lockerung der politischen Kontrolle in den Ostblockstaaten, einschließlich der DDR. Die Bürgerbewegungen in der DDR nutzten diese Gelegenheit, um verstärkt für Veränderungen zu kämpfen. Im Herbst 1989 erreichte die Unzufriedenheit in der DDR einen Höhepunkt. Massenproteste, angeführt von den Montagsdemonstrationen in Leipzig, breiteten sich im ganzen Land aus. Diese friedlichen Demonstrationen zogen Hunderttausende auf die Straßen und forderten politische Reformen und Reisefreiheit. Die Regierung der DDR war zunehmend isoliert und unfähig, die Situation zu kontrollieren. Der entscheidende Moment kam am 9. November 1989, als die DDR-Regierung unter dem Druck der Massen bekannt gab, dass die Grenzen geöffnet würden. Diese Ankündigung führte zu einem Ansturm auf die Grenzübergänge in Berlin und die Mauer, die so lange ein Symbol der Teilung gewesen war, wurde durchbrochen. Menschen aus Ost und West feierten gemeinsam und die Bilder dieser Nacht gingen um die Welt. Der Fall der Berliner Mauer markierte das Ende der deutschen Teilung, aber der Weg zur Wiedervereinigung war noch lang und komplex. Politische Verhandlungen zwischen den beiden deutschen Staaten sowie mit den Alliierten führten schließlich zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Die Wiedervereinigung brachte viele Herausforderungen mit sich, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich, aber sie war auch ein historischer Triumph für die Sehnsucht nach Einheit und Freiheit. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn Du Dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir Dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Abiturkurs in Geschichte. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst Du Dein Wissen vertiefen und Dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst Du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Die Rolle der Bürgerbewegungen in der DDR war entscheidend für die politische Wende und den friedlichen Umbruch, der zur Wiedervereinigung Deutschlands führte. In den 80er Jahren war die DDR von wirtschaftlichen Problemen und politischer Stagnation geprägt. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung wuchs stetig und immer mehr Menschen wagten es, ihren Unmut öffentlich zu äußern. Diese wachsende Unzufriedenheit führte zur Entstehung verschiedener Bürgerbewegungen, die eine bedeutende Rolle in der friedlichen Revolution von 1989 spielten. Eine der bekanntesten und einflussreichsten Bürgerbewegungen war das Neue Forum, das im September 1989 gegründet wurde. Das Neue Forum war eine unabhängige politische Gruppierung, die demokratische Reformen und mehr Transparenz in der Regierung forderte. Es setzte sich für Meinungsfreiheit, Reisefreiheit und eine Umgestaltung des politischen Systems der DDR ein. Die Gründung des Neuen Forums war ein mutiger Schritt, da politische Opposition in der DDR streng verfolgt wurde. Dennoch wuchs die Bewegung schnell und gewann viele Anhänger in der Bevölkerung. Neben dem Neuen Forum gab es weitere wichtige Bürgerbewegungen, wie die Initiative Frieden und Menschenrechte und Demokratie Jetzt. Diese Gruppen setzten sich ebenfalls für politische Reformen und die Einhaltung der Menschenrechte ein. Sie organisierten Protestaktionen, Diskussionen und Informationsveranstaltungen, um ihre Anliegen öffentlich zu machen und die Bevölkerung zu mobilisieren. Diese Bewegungen arbeiteten oft zusammen und unterstützten sich gegenseitig, um ihre Ziele zu erreichen. Die Kirchen spielten eine zentrale Rolle in der Unterstützung der Bürgerbewegungen. In der DDR waren die Kirchen einer der wenigen Orte, an denen sich Menschen relativ frei versammeln und ihre Meinungen austauschen konnten. Viele Bürgerbewegungen fanden in den Kirchen Unterstützung und Rückhalt. Die Friedensgebete, die in vielen Kirchen stattfanden, wurden zu wichtigen Treffpunkten für die Opposition. Die Kirchen boten Schutz und eine Plattform für den politischen Widerstand und trugen so wesentlich zur Mobilisierung der Bevölkerung BEI. Ein entscheidender Moment für die Bürgerbewegungen war die Fluchtbewegung im Sommer 1989. Tausende DDR-Bürger nutzten die Gelegenheit, über die Botschaften westlicher Länder in Osteuropa in den Westen zu fliehen. Diese Massenflucht setzte die Regierung der DDR unter enormen Druck und zeigte die tiefe Unzufriedenheit der Bevölkerung. Die Bürgerbewegungen nutzten diese Situation, um ihre Forderungen nach politischen Reformen zu verstärken und die Menschen zu mobilisieren. Die Montagsdemonstrationen, die im September 1989 in Leipzig begannen, wurden zu einem Symbol des friedlichen Widerstands. Was als kleine Versammlung von Oppositionellen begann, wuchs schnell zu Massenprotesten an, die jeden Montag tausende Menschen auf die Straßen brachten. Die Demonstrationen waren friedlich und die Teilnehmer forderten politische Reformen und Freiheit. Die Parolen »Wir sind das Volk« und »Keine Gewalt« wurden zu den Leitsprüchen der Bewegung. Die Regierung der DDR versuchte zunächst, die Demonstrationen mit Gewalt zu unterdrücken. Doch die Gewaltanwendung führte nur zu einer weiteren Eskalation und mobilisierte noch mehr Menschen. Die friedliche Natur der Proteste und die breite Unterstützung aus der Bevölkerung zwangen die Regierung schließlich zum Einlenken. Die Montagsdemonstrationen weiteten sich auf andere Städte aus und erreichten ihren Höhepunkt im Oktober 1989, als Hunderttausende Menschen in Leipzig und anderen Städten demonstrierten. Die Bürgerbewegungen spielten auch eine wichtige Rolle in den politischen Verhandlungen, die zur Wende führten. Vertreter des Neuen Forums und anderer Bewegungen wurden in den Dialog mit der Regierung einbezogen und beteiligten sich an den runden Tischen, die im Herbst 1989 eingerichtet wurden. Diese Verhandlungen führten zu grundlegenden politischen Reformen, einschließlich der Auflösung der SED-Diktatur und der Vorbereitung freier Wahlen. Die friedliche Revolution von 1989 wäre ohne die mutigen und entschlossenen Bürgerbewegungen nicht möglich gewesen. Sie mobilisierten die Bevölkerung, setzten sich für demokratische Rechte ein und führten die DDR in eine neue Ära der Freiheit und Demokratie. Die Bürgerbewegungen zeigten, dass friedlicher Widerstand und die gemeinsame Kraft der Zivilgesellschaft tiefgreifende politische Veränderungen bewirken können. Ihr Engagement und ihre Opferbereitschaft sind ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte Deutschlands und ein Vorbild für demokratische Bewegungen weltweit. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.